Liebe Bürgerinnen und Bürger von Damm und Striedwald, wir möchten Sie informieren über die Zukunft der Postfiliale in Damm. Wie Ihnen vielleicht schon bekannt ist, schließt die Postfiliale in der Schillerstraße 75 nach 22 Jahren. Aber es geht in der Schillerstraße weiter und zwar wird sie eröffnet am 25. Juli beim Markt Tegut. Wir finden, das ist eine gute Lösung und hoffen mit dieser Information Ihnen weitergeholfen zu haben. Wenn Sie weitere Anliegen haben, können Sie gerne sich an die SPD wenden. Von Damm und Striedwald, wir sind immer für Sie da. Untertitelung des ZDF, 2020